Okay, also. Ihr kennt meine Videos und wisst, dass ich immer eine coole Story zu erzählen habe. Meistens starte ich dabei alleine, nackt und am Strand. Dieses Mal ist genau das etwas anders. Ich bin zwar immer noch alleine und versuche mich solo mit Tribes zu messen, was im Ehrlich zu sein schon schwer genug ist. Diese Geschichte startet jedoch nicht bei Null. Heute starten wir dort, wo wir letztes Mal aufgehört hatten. Um zu verstehen, was passieren wird, solltest du dir vermutlich das vorherige Video anschauen. Ich fasse es trotzdem noch einmal für euch zusammen. Also, ich war auf einem frisch gewipten Server und hatte einige Begegnungen mit einem Tribe. Veni Vidi Viki. Nach und nach konnte ich herausfinden, wo meine neu gewonnenen Feinde bauten. Nämlich in einer der Unterwasserhöhen auf die Island. Und sogar zum Raid ansetzen. Der Raid war erfolgreich und ich dachte, ich hätte es geschafft. Genau, ich dachte. Veni Vidi Viki war nämlich noch vor meinem Raid umgezogen und hatte eine zweite, um einiges größere Base mit einem anderen Tribe zusammen aufgebaut. Aber was genau war dieses Mal anders? Was ist anders als bei all den anderen Videos? Zeitlich befinden wir uns gerade wenige Stunden vor dem Release des letzten Videos. Und damit kam ein ganz neues Problem auf mich zu. In weniger als einem halben Tag würde jeder wissen, wo meine Base steht. Und auf welchem Server ich spiele. Da bin ich also, nachts, wenige Stunden entfernt vom Release. Wohl wissend, dass Zuschauer kommen werden. Ich will nur versuchen zu sprengen erstmal. Ja, okay, ich baller durch. Bauen die an meinem Farmspot? Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Durch, 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 durch. Die Türen sind offen, Generator ist hier. Blown. Blown. Clustern die hier meinen Shit zu. Ich fass das nicht. Stein ohne Ende, Heid ohne Ende. Da hol ich meinen Atompluera und zieh das noch weg. Raus mit dir, Jürgen. Base fällt. 3, 2, 1. Jetzt. Gut, ich denke das reicht mir. Damit kann ich ein Cryon. Und mich auf den anstehenden Ansturm auf meine Base vorbereiten. Ich habe mir zweite Indie Forge. Cambench. Es gibt noch einen weiteren Spot, den ich mir gerne anschauen würde. Wenn der frei ist, lasse ich mich da nieder. Dann mal auf nach Extinction. Ich bin echt gespannt. Okay. Da stand mal ein Tower. Ich denke der Spot ist bebaut. Ja, belasst du. Ich brauchte einen neuen Base-Bot. Keinen besonders großen. Nur einen versteckten, um meine wichtigsten Dinge vorübergehend zu bunkern. Und vor dem womöglich anstehenden Raid auf meine Main Base zu sichern. Und vor dem womöglich anstehenden Raid auf meine Main Base zu sein. Ich hoffe mal das geht so. Und dann müssen wir jetzt noch den Rest hierhin geklatscht kriegen. Aber das sollte eigentlich gehen. Die Smithy passt perfekt hier. Fehlt nur noch die Cambench, die aber eigentlich hier. Aber noch Platz haben sollte. Perfekt. Dann lage ich jetzt mein Zeug ein. Und gehe dann per Fast Travel rüber. Aber es ist jetzt Zeit für die nächste Fuhre. Ist zwar jetzt ultra risky, aber viel anderes bleibt mir auch nicht. In 8 Stunden kommt das Video online. Sehr gut. Da kann ich hier jetzt auch endlich vernünftig bunkern. Sick ey. Dann versuche ich jetzt mal die Leiter zu bauen. Der Klappleiter habende Boss. Zack. Video ist online. Wir haben die ersten Kills. Was es jetzt schon losgeht, hätte ich nicht gedacht. Okay, die Leiche ist gelootet. Weni wie die Vichys mit uns gemerged. Ja, dann legt mal los. Dann zeigt er, was ihr könnt. Ach, moin Chucks. Ey. Wir sind Ice Cave by the way. Weni wie die Vichys mit uns gemerged. Aber schöne Base. Junge, ich hasse dich, du kleiner Hu- Ich könnte auch hier eine C4-Trap legen, oder? Ich glaube sogar, das tue ich. Wilde Megalodons. Ah, ein Blattsdocker. Da ist ein Blattsdocker. Da ist er, da ist er vorm Loch. Und der Mana? Mana kommt, Mana kommt, Mana kommt. Komm ein Stück näher. Ah, er ist nicht nah genug. Komm, 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 komm. Steig ab. Deine Zuschauer wollen ja einen zweiten Partner mit Weni wie die Vichy. Der kommt, Junge, der kommt. Ja, ja, eine Raid Defense diesmal von dir gegen Weni wie die Vichy und Raid Shadow Legends. Ja, 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 ja. Mach der Auge hier, mach der Auge. Ja, ja, machen wir. Aber Rauschfimm macht keinen Sinn. Der schnorchelt mich direkt weg. Komm mal kurz raus, ich hab was für dich. Schnorchelt der da rum wie so ein Krimi-Männer? Nee, ich bin nicht auf einen Dino. Wie so ein halb illegaler sitzt du da am Wasser. Halb illegal. Komm kurz raus, ich dropp dir was. Du kannst auch naked kommen, ist mir relativ egal. Bring's mal rein. Sag mal, ist da einer mit dem Raketenwerfer am Lüppeln? Wie die Knechte. Unter Wasser gehen keine Schilder, keine Raketenwerfer. Ich werd dann im Voice-Chat schreien, wenn er runnt. Um ihn einfach zu verwirren. Hehe. Gamer's Trap. Hast du die C4-Trap da oben gemacht, über deinem Eingang? Ich weiß gar nicht, was ihr meint. Ach, Only Player Turrets. Sehr gut, Leute. Bam, 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 bam. Er legt C4. Hier, ich kann's nicht zünden. Okay, ist wieder zu. Und zack. Hit-hits, hit-hits, hit-hits. Ich werd' ein paar Turrets umplacen. Die können noch aggressiver an den Eingang. Wo hab' ich sie? Hier, drei Stück Save. Mit doch bissl Muni. Einfach, dass hier schon mal voll rausgehalten wird. Da hat's einen gekillt. Grapple raus. Direkt holen die Leiche. Wo ist er? Hier ist er. Komm. Hallo. Oh, es hat wieder einen gekillt. Komm, 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 komm. Sick as fuck. Okay, die Base wird ziemlich safe hops gehen. Ich werd' jetzt noch eine Fuhre machen. Warum folgt der Hai da unten hin? Was folgt der Hai? Einen Bloodstalker, einen Bloodstalker, einen Bloodstalker. Ich hab' alles mit. Der müsste mich aber sehen, oder? Komm schon an Land. Und dann die Withern. Nicht den Mana, die Withern. Withern raus. Und ab. Und einfach hochziehen erstmal. Okay, die sind wieder da, alter Holy Shit. Da unten ist der Bloodstalker sogar. Er will schnorcheln. Weg, 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 weg. Er will nachziehen. Sehr gut. Und jetzt muss ich zu nem Drop und mich in die Base porten. Alter, Holy Shit. Ab, 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 ab. Ciao. Wow. Puh. Gut, 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 gut. Und direkt wieder zurück. Weil der Bloodstalker war da. Da muss ich eventuell jetzt schnell eingreifen. Bet. Spawn, go. Es hat scheinbar zwei Kandidaten gejetet. Beide hier. Mit Schild. Joink. Der Typ hieß sogar Scouter. An meiner Base schauten jetzt regelmäßig Gamer vorbei. Und ich hielt es für eine gute Idee, meine Verteidigung etwas nach außen zu verlagern. Wenig wie die Wiki hatte sich wieder zurückgezogen. Vermutlich planten sie jetzt den Raid und machten sich bereit, um zeitnah anzugreifen. Gut, das sollte es zumindest etwas erschweren. Bald schon würde ich meine Base verteidigen müssen. Die Zeit, die ich noch hatte, musste sinnvoll genutzt werden. Um als Sieger aus der Situation herauszugehen, musste ich natürlich wissen, wie meine Gegner aufgestellt sind. Und wo sie bauten, hatten sie mir bereits mitgeteilt. Ach, moin Chucks. Ey, wir sind Ice Cave, by the way. Wenig wie die Vichys mit uns gemerged. Ich gehe einfach durch. What? What? Es schießen keine Turrets durch den Crouch-Part. Seid ihr dumm? Wenig wie die Vicky. Raid die zweite. Holy shit. Okay, ja, hier rechts ist halt das klassische Wall-Build. Und ein klassischer Giga. Und ein klassischer Reaper. Uff. Okay, ich muss jetzt wohl der übel die Base auch noch einmal vollfarmen. Und dann muss ich mir überlegen, was ich mache. Ich habe Chancen. Es gibt, es gibt eine Möglichkeit. Aber die muss nachts passieren. Und ich muss vorbereitet sein. Und dank der Mining Drill kann ich Jumbo Power Farming betreiben. Raus mit dir. Ankicken die Möhre. Und gib ihm. Ich habe auch hier Swamp verwappen. Aber ich enjoy es gerade. Das extra Movement Speed kickt übel. 224%. Illegal schnell für diese Welt. Mir bockt Farming so. Okay, Biber-Dämme. Nehmen wir auch noch schnell mit. Sind wir gerade hier. Komm, auf den Ich-Team. Oh, perfekt. Und schnell durchs Loch, schnell durchs Loch. Easy. Turtles haben wir wieder gekickt, Leute. Von Tribe of Akatsuki. Nackig mit dem Sleeper. Okay. Ich bin bereit. Hab eigentlich alles für Velos. Let's fucking go. Und das war mein Plan. Ich hatte zwar einige Karbus gebrütelt und hatte auch ein Dead-On zum Heilen. Die Ice Cave leer zu soaken und zu raiden würde aber dennoch dauern. Und je länger ein Raid dauert, desto gefährlicher wird er für einen Solo-Spieler. Es musste nachts passieren. Denn sobald meine Gegner online sind, könnten sie meine Turtles mit ihren Gigas töten. Noch bevor ich ein paar der Turrets leer soaken konnte. Das war natürlich ein Problem. Dazu kommt, dass andere Tribes es ebenfalls auf die Ice Cave abgesehen hatten. Ich meine, es ist einer der besten, wenn nicht sogar der beste Spot auf die Island und wird nahezu immer contested. Um den Raid erfolgreich durchziehen zu können, brauchte ich also eine Fop, die den Angriff eines gesamten Trials für mindestens ein paar Stunden abfangen könnte. Und genau da kam meine Mainbase ins Spiel. Schritt 1 Ich gehe nach Extinction und zähme Velos für die schnelle Defense während meines ersten Pushs. Schritt 2 Ich reise auf die Island, nehme meine Velos mit und platziere sie um den Höhleneingang herum. Dadurch kaufe ich mir gerade genug Zeit, um in Schritt 3 mit einer Art Tropolera den Spam um den Höhleneingang zu beseitigen. Dadurch bekomme ich das Baurecht und kann anschließend, in Schritt 4, an einem günstigen Punkt in der Cave meine Base bauen. Ihr habt richtig gehört. Meine Base. Ihr müsst wissen, meine wichtigsten Sachen sind alle in Sicherheit. Versteckt. Hinter einer Ruine am Eingang einer Höhle. Meine Mainbase brauche ich also nicht zwingend. Und anstatt sie bei dem Angriff von Veni wie die Vicky womöglich zu verlieren, gilt ich es für eine bessere Idee, die gesamte Base anstatt als Verteidigung für einen Raid zu benutzen. Der Plan klingt ziemlich verrückt. Das muss ich wohl zugeben. Aber es war auch der einzige, den ich hatte. Doch irgendwie kam dann doch alles etwas anders als geplant. Seht selbst. Ach, scheiße. Ich hab's Fernglas vergessen. Uff. Fernglas, yes. Level 15. Level 20. Level 5. 45. 10. 15. Level 5. Level 20. Level 5. Junge. Das wird ja schlechter. Level 60. Aber der sieht cool aus. Level 80. Glaube ich echt, den nehme ich. Einfach nur, um nicht mit leeren Händen nach Haus zu kommen. Ich hab nur noch kein Cryopod. Scheiße. Achtung. Neuer Geheimtrick kommt. Drüber havern. Cryo raus. Nee. Ach man, weil's gebackt hat. Ey, das ist doch scheiße. Jetzt hab ich hier ne Cryo-Driver. Ich glaube nicht. Da sind wir wieder. 95. Ach, hat der jetzt den Anki gar gut? Fuck me. Das heißt, ich muss den Anki erst lieben, oder wat? Er liebt. Okay. Jetzt auf den Velo, auf den Velo, auf den Velo. Nicht in die Border, nicht in die Border. Yes. Er liebt. Der will 130er, den nehm ich sogar mit. Okay, da ist ein 80 Female. Ist zwar nicht top, aber ich nehm ihn einfach erstmal mit, bevor ich kein Breeding Pair hab. Lieber, lieber ein schlechtes. Ah, er liegt schon. Okay, wir haben hier noch nen 85er. Scheiße, er connected. Er liegt. Für die erste Welle reicht's. Die muss ich jetzt in Ruhe berüten. The center. Go. Ist echt die Frage, wo ich die breede, ne? Platztechnisch. Ist es eng. Okay, also. Es gibt einige Updates. Und zwar haben wir jetzt noch ne neue Etage, bei der mir etwas Mysteriöses passiert ist. Ich hab nämlich ab jetzt einen Notausgang. Ich hab nen Teleportspot über meiner Base. Ich will jetzt nicht beunruhigen. Aber im Chat wird gefragt, wer gerade Sharks fobbt. Und ich glaub, Sharks bin ich. Wir können also mal eine Nummer downtravelen. Und kurz rüberjieten. Ich mein, foben können sie ruhig. Oh, da wird gesoakt. Bam, bam. Ich bin ready to fuck, Junge. Gib mir meine Pump, Digga. Jetzt geht's los. Den Reiter könnte ich, denke ich, holen. Ran an die Möhre. Schnorchler raus. Rappling equippen. Ah, ich brauch noch Schuhe. Ich brauch noch Schuhe. Oh, nein. Das war so knapp. Safe. Easy, George. Schwellen zu treffen, Leute. Nein, ich wurde gebrappelt. Nein, ich hab nix zum lösen, Leute. Nichts zum lösen. Ich zieh mich safe jetzt in die Fob von sich. Okay, ich zieh mich aus. Komplett aus. Komplett aus. Nice. Zum Glück nicht gefangen genommen. Da wird geblowt. Gasgranate raus. Da warte ich, bis ich rebuilden kann. Zweite Gasgranate geht raus. Rebuild geht an Start. Erfolgreich rebuildet. Ich werde noch eine weitere Mauer jetzt hier hinten reinziehen. Okay, jetzt halte ich, bis er das nächste Mal kommt. Mach solange das Turret aus. Down. Wo ist er? Noll, wo hat sie ihn hingehauen? Fuck, ich seh seine Leiche nicht. Ich brauch noch eine Tauchersuit. Da kann ich nämlich vernünftig agieren, scouten. Zweiter Golem kommt. Da schwimmt er. Da schwimmt er. Okay. Er hat sich hier in der Hals. So weit er kommt, ziehe ich an und versuche zu grappeln. Ich bin hier in der Hals. Und ich werde jetzt hier Turrets wieder vorsetzen. Wie ein Profi. Wie ein Profi. Das ist also deren Plan. Okay. So, ist sie stuck? Ist sie stuck? Ja, ist sie. Komm schon, komm schon. Sick Boy. Und zack. Jawohl. Ah, fuck. Sie ist wieder raus. Warte mal. Ich kann es hier an deren Turtle machen. Das mache ich. Das mache ich. Da kommt sie. Da kommt sie. Und sie sprengt jetzt. Boom. Und jetzt kommt mein Moment. Mein Moment. Mein Moment. Komm, 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 komm. Komm. Komm, mach dran. Mach dran den Jürgen. Er macht nicht ran an den Jürgen. Da kommt die nächste Turtle. Blow ruhig. Okay. Bam. Und wir können wieder hochstacken. Sick. Okay. Okay, ich werde jetzt hier eine Sache hinterlassen. Und zwar eine fucking Notiz. Die Notiz war für diejenigen gedacht, die durch mein letztes Video meine Base gefunden hatten. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber der Tribe, gegen den ich gerade meine Base verteidigen muss, das ist nicht wenig wie die Wiki. Jetzt musste ich meinen Spot um jeden Preis halten. Um im Angriff auf die Ice Cave eine Chance zu haben, brauchte ich so viele Ressourcen wie möglich. Die Raid Defense also zu verlieren war keine Option. Also, naja. Zumindest keine gute. Alter, als ob das, guckt euch an. Drei Leute mini, vier Leute minimum. Als ob die vier Leute brauchen für den Lachs. Das Ding ist, wenn ich rausgehe, laufe ich Gefahr, gefangen zu werden. Und das ist, wenn man halt alleine ist, der absolute Untergang. Deshalb, und deshalb musste ich vorsichtig sein. Passiv spielen und präventiv auf die Angriffswellen reagieren. Jawohl. Und die müssen wir jetzt hier hin. Passiv. Und die soll schön das Loch blockieren. Die soll schön, genau, jawohl, jawohl. Perfekt. Okay. Äh, Gigabyte. Bedeutet für mich Poisoned? Nee. Bedeutet für mich gleich noch eine Turtle? Hehehe. Meine Base wird abgerissen? Ich hatte so gut wie nichts mehr in der Base. Nur noch einen Tresor mit einigen PvP-Kids und nützlichen Dingen für eine Raid-Defense. Die Raider hatten nahezu immer einen Spieler abgestellt, der mit K durch die Wand meine Schritte im Auge behielt. Indem ich Teile meiner Base jetzt abreißen würde, dachte ich, machte es vielleicht den Eindruck, als gäbe es nichts mehr zu holen. Sollte deren Scouter die Information an den Tribe weitergeben, gäbe es vielleicht eine kleine Chance auf einen Rückzug oder Abbruch des Raids. Sehr naiv und höchst spekulativ, ich weiß. Und es hatte auch nicht funktioniert. Hat es da einen gejietet oder was? Zack. 3, 2, 1, meins. Der ist nackig. Und auf einmal änderte sich alles. Vini, wie die Wiki, meldete sich im Chat. Sie wollten ihre Rache. Wie angekündigt. Und hatten deshalb die FOP meiner Angreifer zerstört und den Raid auf meine Base vorläufig verhindert. Nur um dann später selbst zuzuschlagen. Jaja, ne Raid-Defense diesmal von dir gegen Vini, wie die Wiki und Raid-Shadow-Legends. Mach der Auge hier, mach der Auge. Jaja, machen wir. Es gibt mir jetzt leider ein Problem. Und zwar wurde ich durch die Ablenkung daran gehindert, meine Velos zu imprinten. Und Vini, wie die Wiki, wenn die wüssten, was heute Nacht passiert. Das wird wild. Wobei sich auch der andere Tribe für heute Nacht angekündigt hat. Wäre auch nicht geil, wenn ich denen dann begegne. Die clearen meinen Shit einfach weg. So, Breed F raus. Da ist er. Oh, da wird meine andere Baseball-Hops genommen. What the fuck? Von wem? Air Conditioner, Air Conditioner. Innerhalb kürzester Zeit änderte sich einfach alles. Ein paar meiner Velos wurden getötet und mein Versteck wurde gefunden. What the fuck? Das bedeutet, für mich gibt's nur eine Chance. Take all. Fuck, ey. Als wenn er das hier masht. Meine Velos alle dead. Holy shit. Alter, da bin ich eine Sekunde wirklich weg, ne? Eine Sekunde zu viel. Okay, ich zieh alles mit. Alles, was geht. Und dann tauch ich jetzt ab. Die Frage ist echt, wohin? Holy shit. Reiniert den gesamten Plan mit Vini wie die Vicky. Okay, bereit? Das kann schief gehen. Komm, komm, komm. Gib mir, gib mir. Jawohl. We're one out. Go. Und hoch, 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 hoch. Hier ist der Spot. Ich werde jetzt alles ablegen. Und einmal zur alten Base rüberreisen. Generator läuft noch. Hier ist ne Turtle drin sogar. Da ist Mana und ein Theri. Takt 327. Ich tauch mal hin. Wow, what the fuck. Was zum Fix hier? Oh, lol. Meine Mainbase wird scheinbar wieder belagert. Und ich befinde mich gezwungenermaßen in einem kleinen Loch im Redwood. Und plane, so absurd das auch klingt, immer noch einen Angriff auf Vini wie die Vicky. Ein paar Vedos könnte ich versteckt in einer der Unterwasserkuppeln brüten. Und am Rest des Plans hat sich bis jetzt eigentlich nicht viel geändert. Die Nividis Teleporter ist weg. Oder wurden die geradet? Aktiver Transmitter. Ich kann halt nicht dran. Fulk hier. Als wenn. Das war's also mit Vini wie die Vicky. Und auch mit meinem Plan. Die folgenden Tage ist niemand mehr zu mir gekommen. Bis heute, bis genau zu diesem Moment, wurde ich scheinbar einfach vergessen. Okay, dazu muss man vermutlich auch sagen, dass sich meine Feinde gegenseitig aus dem Spiel genommen haben. Als Sieg kann ich das aber irgendwie nicht ganz werten. In Ark läuft eben, wie im Leben, nicht alles immer nach Plan. Wir alle hätten vermutlich gerne erlebt, wie es ausgegangen wäre, wenn ich meinen Plan hätte umsetzen können. Die Spannung, die dabei entstanden wäre, ich kann's bis hier spüren. Dennoch hatte ich einige schöne Tage in Ark. Einem Spiel, in dem es am Ende des Tages um den Spaß geht. Um die Interaktionen mit anderen Spielern, Konflikte und deren Lösungsstrategien. Ums Abschalten am Abend. Oder aber auch das Gefühl, wenn man sich in seiner Base in einer Dino-Fantasy-Simulation einloggt. Das ist, was uns verbindet. Uns an die Welt so fesselt und immer wieder zusammenbringt. Was ich damit sagen möchte, ist im Grunde nur, genießt die Zeit, die ihr zum Game habt. In dem Sinne, Cheers! Tschüss! Schuss mit finns. Es gibt alles andere. Vielen Dank.